Notversinnen. Das ist unnötig, aber eigentlich verliebt. Das wird bei mir eh nicht passieren. Wir haben die Führung verloren. Sniper links seit dem Fenster. Was wird das denn? Zwei oben beim Bottich. Ich glaube, einer springt dann wieder runter. Nein, die sind beide da geblieben. Einen habe ich. Ich treffe. Hast du eine Explosivgranate oder sowas? Nein. Am besten Semtex. 502 Stunt. Ja, das habe ich auch. Hilft mir gerade nichts. Ich schütte nur Hormone an. Jetzt habe ich ihn runter. Jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal einen Doppelabschluss gemacht. Hormone an. Oh mein Gott, Freund. Farke gesichert. Abschuss bestätigt. Die Führungskanzler hinten rein. Ja. Ja, das ist eine Konterdrohne und eine Drohne. Was ist das für eine Runde hier? Was spielen die Leute denn? Das ist eine gute Frage. Ah, Junge. Der Typ mit seinem Maus-Skin ist jetzt zweimal bei uns im Spawn schon gewesen. Ja, der ist auch schon wieder da oben. Gucken wir, ob ich ihn holen kann. Ja. Hab ihn. Ah, na klar. Jetzt hat der Maus-Skin auf eine Shotgun gewechselt. Und macht hier... ...durch den Bulld auf Shotgun. Nee, Pisseninke. Noch eine Drohne. Ah, da ist noch einer. Haha, beide. Ah, da holt mich der Sniper wieder, ey. Wo war er jetzt? Ach, diesmal war er unten an der Ecke. Ja, bitte. Ich muss das fucking defend. Ich muss das fucking defendieren. Find them! Ich hab was abgekriegt. Ja, wie geht er? Alter, ist... Was? Ist der Typ schnell? Das ist ja nicht zu glauben, der Typ mit seinem Maus-Skin, Alter, wie schnell der laufen kann. Hm, Sneaker. Gut, er spielt es nicht unbedingt schlau aus, aber... Abschuss bestätigt. Der Feind liegt in Führung, die Uhr tickt. Hab ihn? Hab ihn? Habe ihn? Habe ihn? Habe ihn? Ne, ist einer zwischen den Regalen da. Habe ihn? Jo, ah, mich! Wir waren auch drei Leute in der Drohne. Was? Was ist das für eine komische Runde hier? Na... Warte, jetzt haben wir aber wildes Spawn hier, oder? Mh... Droney, droney. Schönen... Sniper, ne? Aber oben auf dem Kran, glaub ich. Wann können wir machen. Wir können machen was anderes, ne? Warum laufen die unten? Ja, das mach ich auch schon oft genug. Aber jetzt ist ja unten Action, so wie es aussieht. Ja, der Maus-Skin ist hier. Und noch mehr, oder? Ne. Ah, der war nicht auf den nächsten Scheiß. Ah, der war nicht auf den nächsten Scheiß. Sniper da weg, ey. Ich hasse... Ich hasse solche Leute. Alter, was? Der flext mir einer während ich klettere weg, ey. Ja, der dropshuttet mich. Ja. Wo? Ne, nicht schon wieder so'n Spacken auf'n Kran. Doch. Ich hasse das. Warum ist mein Bromensymbol gerettet? Feuendliche Aerosolbomben bei eurer Position. Abschuss bestätigt. Beschäftigung. Na klar. Na klar. Na klar. Konter Drohne. 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 Estado-Störung läuft. Verstanden. Drohne kreist über ein. Es bleiben noch drei Leute... Eier. Deine, geht mir so'n auf Eier. Die haben so'n Shotgun. Und den hauen wir aber noch im Rout. Und den hauen wir aber noch im Rout.